Okay, einfach zwei, drei Sätze zur Aufführung. Ja, ich glaube, dass es im Viertelfinale keine schweren und keine leichten Gegner gibt. Insofern war das heute für uns sehr wichtig, dass wir erst auswärts spielen, dass wir dann zu Hause die Möglichkeit haben, dann vielleicht das Weiterkommen klarzumachen. Und insofern gehen wir das gesamte an.